Bist du eine junge Führungskraft und stellst dir die Frage, wie du es hinbekommen sollst, ältere Mitarbeiter zu führen und dafür zu sorgen, dass die dich als Führungskraft akzeptieren und respektieren? Nun, in diesem Video zeige ich dir drei Tipps, wie du als junge Führungskraft auch von älteren Mitarbeitern akzeptiert und respektiert wirst. Mein Name ist Axel Rittershaus, ehemaliger Softwareentwickler, dann IT-Unternehmer und seit 2008 Führungskräfte, Trainer und Coach. Tipp Nummer 1. Generell wirst du nur respektiert, wenn du dein Gegenüber respektierst. Das gilt für gleich alte, jüngere und natürlich auch ältere Mitarbeiter. Weißt du, wenn du in ein Gespräch reingehst und mit der Vorstellung im Vorfeld schon reingehst, ach, dieser alte Mitarbeiter, der hat doch keine Ahnung von der modernen Vorgehensweise. Ich weiß viel besser, wie das geht. Das wird bestimmt wieder so ein mieses Gespräch, wo der wieder alles blockieren wird. Ja, wenn du so in so ein Gespräch reingehst, dann merkt es dein Gegenüber logischerweise auch. Und du zeigst dem keinen Respekt, dann wird derjenige dir vermutlich auch nur so viel Respekt zeigen, wie es zwingend notwendig ist. Deswegen ist es so wichtig, respektiere all deine Mitarbeiter, also generell respektiere jeden Menschen, aber respektiere all deine Mitarbeiter völlig unabhängig vom Alter. Das wird auch umso leichter mit Tipp Nummer 2, nämlich auf dessen Erfahrungen aktiv zu setzen. Hör demjenigen zu, was derjenige für Ideen hat. Wenn du immer nur sagst, ja, so haben wir das schon immer gemacht und es macht keinen Sinn, das anders zu machen, dann könntest du sagen, okay, dieser Idiot, der will einfach nicht mitziehen. Du könntest auch sagen, okay, was sind denn so die drei Kritikpunkte, von denen du glaubst, warum es nicht funktioniert? Oder warum sie glauben, warum es nicht funktioniert? Also indem du Kritik von demjenigen konkret machst, wird es schwieriger für den pauschal zu sagen, nö, ich bin dagegen, sondern wird es hilfreicher, um herauszufinden, gibt es vielleicht tatsächlich Punkte, auf die man aufgrund der Erfahrung des anderen nochmal spezifisch achten müsste. Und wenn du das tust, merkt der andere, dass du eben auch ihn respektierst und seine Erfahrung respektierst und mit einsetzen möchtest. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele ältere Mitarbeiter, die wollen noch richtig aktiv mitarbeiten, wenn du die aber aufs Abstellgleis schiebst und denkst, naja, die haben noch nie was mit künstlicher Intelligenz oder mit Social Media oder was auch immer gemacht, den brauche ich da gar nicht fragen. Nee, nee, nee. Also ich kenne 50-Jährige, die sind digital affiner als manche 20-Jährigen. Deswegen setze auf dessen Erfahrung und höre dir an, was derjenige schon für Erfahrungen gemacht hat und mache ihn vielleicht auch so ein bisschen zu deinem Seniorenberater, wenn das möglich ist. Also Senior im Sinne von Erfahrener. Senior kann auch jemand mit 40 sein, wenn du der 22-Jährige Teamleiter bist oder die Teamleiterin. Und Tipp Nummer 3, kommandiere denjenigen nicht herum, weil du jetzt die Macht hast. Es gilt natürlich auch generell, bloß weil du jetzt Führungskraft geworden bist oder vielleicht aufgestiegen bist, heißt es nicht, dass du alles kannst. Die besten Führungskräfte sind eher bescheiden und sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter richtig gut arbeiten können und ihre Fähigkeiten einsetzen können. Und deswegen solltest du auch vor allem mit älteren Mitarbeitern immer darauf achten, dass du nicht die Machtkarte ziehst, ich hier Chef und du nichts, sondern mit demjenigen so umgehst wie mit einem Menschen, den du respektierst, dessen Wissen du mit einsetzen willst und bei dem du einfach sagst, okay, ich führe dich, so wie ich alle anderen auch führe und gehe entsprechend als Führungskraft auch vorbildlich mit dir um. Du kannst und solltest auch herausfinden, was denn derjenige tatsächlich noch bewegen will. Weißt du, wenn jemand 40 oder 50, wenn du 20 bist, dann ist jemand mit 40 schon alt. Und wenn jemand 58 ist, kann es immer noch sein, dass der wahnsinnig viel reißen will, mehr als manch 20-Jähriger. Auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass derjenige eher etwas ruhiger treten will. Das musst du wissen und dann denjenigen trotzdem effektiv einsetzen. Und bedenke immer, ein erfahrener Mitarbeiter kann oft in fünf Stunden mehr leisten und erreichen als Unerfahrene in 50 Stunden. Weshalb es auch so wichtig ist, immer über Ziele, über Ergebnisse zu führen und nicht darauf zu schauen, wie lange jemand an irgendetwas gearbeitet hat. So, nochmal zusammengefasst, die drei Tipps. Generell respektiere dein Gegenüber, auch deine älteren Mitarbeiter und vor allem deine älteren Mitarbeiter. Erst dann kannst du respektiert werden. Setze dessen Erfahrungen aktiv ein und kommandiere denjenigen nicht herum, sondern nutze denjenigen als wertvollen, wichtigen Mitarbeiter. Wenn du noch mehr Tipps zur Führung haben möchtest, vor allem für Führungskräfte, die noch relativ neu in ihrer Führungsaufgabe sind. Ich mache regelmäßig Webinare und Online-Workshops kostenlos für junge Führungskräfte. Melde dich einfach an. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei mal zu begrüßen. Vielen Dank.